Die Südküste Japans vor Kagoshima. Es war dieser Berg, den die Piloten zuletzt von ihrer Heimat sahen. Sie nannten ihn als Huldigung an den heiligsten Berg Japans, den kleinen Fuji. Ein paar Flugstunden später waren sie tot. Wir Piloten hatten uns schon damit abgefunden, dass wir früh sterben würden. Ich hatte damals das Gefühl, mein Todesdatum sei vorverlegt worden. Für uns Amerikaner war das etwas völlig Neues. Wir dachten, jeder Mensch will sein Leben bewahren, solange es geht. Wir konnten nicht verstehen, wie jemand bereit sein konnte, so etwas zu tun. Als es für mich Zeit geworden war zu fliegen, hatte ich zu meinem Vater gesagt, ich gehe da. Wir verabschiedeten uns höflich, wie es Japanern eigen ist. Dann sagte er, was er eigentlich nicht sagen durfte. Er sagte, dieser Kampf ist verloren. Wer sagt, der schritte ist, dass wir genau das nicht verletzen können. Das Ding war, Herr Schuhin. Und dann muss er aufszene, weil es sich verletzen können. Das Ding war, der schritte Ladelung nicht zu sch confiscieren. Der schritte Ladelung ist, was er so versucht, kann es nicht verletzen können. Das Ding ist auch nicht vor, dass ihn er psychisch verletzen können. Er was es nicht verletzen können. Ich gebe das jetzt nicht verletzen können. Ich gehe das ein A knappen, das Zwei der Kinder module so oder so das nicht verletzen können. Einmal im Jahr treffen sich die, die überlebt haben, weil sie nach Luftkämpfen notlanden konnten oder weil das Kriegsende sie noch vor dem Tod bewahrt hat. Damals, als sie 16 waren oder 21 und bereit zu sterben. Um im Dienst eines letzten mutigen Kommandos von ihrem verehrten Kaiser die Niederlage abzuwenden. Musik Es war im Herbst 1944, als unter den Militärs die Ahnung aufkam, ihre gefürchtete Armee könnte zum ersten Mal verlieren. Japans Piloten waren im Luftkampf des Pazifikkrieges unterlegen. Truth-Hahn-Schießen nannten es die Amerikaner. Mit jedem Inselstützpunkt, den der Feind zerstörte, rückte er näher an die von Japan besetzten Philippinen und an Tokio. Japans Militärführung brauchte eine Idee, eine treffsichere Waffe gegen das Herzstück der Alliiertenflotte, gegen die Flugzeugträger der Amerikaner. In diesen Tagen geben Japans Kompanieführer ihren Jungpiloten einen seltsamen Befehl. Es gibt eine neue Strategie, sagen sie. Sie bedeute aber, dass man nicht mehr zurückkehre. Ein jeder solle sich überlegen, ob er bereit sei, mitzumachen. Einer davon ist Ken Ichiro Onuki, Anfang 20, Armeepilot. Wir fragten uns alle, was das wohl für ein Plan sein konnte, dass man ganz bestimmt nicht wieder zurückkäme. Stellvertretend ging dann einer nochmal zum Kompanieführer und fragte. Der erklärte ihm, dass man sich mit einer Bombe am Flugzeug auf den Gegner stürzen würde. Als wir das hörten, waren wir wie gelähmt. Wir dachten uns, mein Gott, müssen wir wirklich so etwas tun? Onuki, ein Kind des kaiserlichen Untertanenstaates, sah seine Familie und sein Land bedroht. Und er wusste, dass man als Soldat auch fallen konnte. Auf der Stube diskutierten er und seine Kameraden die ganze Nacht über, was sie nun tun sollten. Offenbar sei die Kriegslage so ernst, dass andere Strategien nicht mehr halfen. Wir wussten, dass Japan an allen Fronten verlor. Am Morgen waren wir uns einig, dass es, solange wir Soldaten waren, wohl unmöglich war, Nein zu sagen. Auf den Flugzeugträgern der Amerikaner sind die meisten Besatzungen an diesem Tag gelassen. Die Flaggschützen sind zwar alarmiert, aber die Nacht verspricht ruhig zu werden. Japans Flotte ist auf dem Rückzug. Die Flugzeuge stehen manövrierbereit, um am nächsten Morgen nachzustoßen. Es ist der Abend des 24. Oktober 1944. In der Nacht bleibt es tatsächlich ruhig. Bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang. An jenem Morgen erleben die Amerikaner ihren ersten Kamikaze-Angriff. Es ist die Santee, die als erste so getroffen wird. Ein zum Flugzeugträger umgerüsteter Tanker. An Bord, mit der Aufgabe, sich um die Flugzeuge zu kümmern, ist James Trull. Den Angriff überlebt er knapp. Ich war gerade bei den Flugzeugen angekommen, als ich plötzlich krachendes Gewehrfeuer hörte. Ich blickte auf und sah diese Maschine direkt auf uns zukommen und seine Gewehrsalven ins Wasser einschlagen. Aus seinen Flügeln sah ich Mündungsfeuer schießen. Ich dachte, wenn ich eine Chance haben will, dann muss ich vom Flugdeck runter. Die Besatzung hält den Sturzflug des Piloten zunächst für ein Versehen. Anfalls für die Verzweiflungstat eines Verrückten. Die Santee verliert an diesem Tag 16 Mann. Unter den Verwundeten sind Trull und der Flugzeugmechaniker Bill Simmons. Die Explosion wirft ihn zu Boden, für Stunden verliert er das Bewusstsein. Am nächsten Tag wurden wir wieder angegriffen. Und wir sahen dann, wie die Flugzeuge die Schiffe um uns herum trafen. Da wussten wir, dass es kein Versehen war, sondern Absicht. Das hat damals unsere Einstellung sehr verändert. Wir dachten, wir hätten den Krieg so gut wie gewonnen. Ich glaube, die Japaner hätten sich nichts ausdenken können, was uns Marinesoldaten mehr demoralisiert hätte, als die Kamikaze fliehen. Japans Hoffnung schien sich zu erfüllen. Die neue Taktik wurde in Tokio als Erfolg gemeldet. Nur eines stimmte nicht. Die Trefferzahlen. Nicht ein Flugzeugträger wurde an diesem Tag versenkt. Doch Piloten wie Onuki, die nun auf der Kamikaze-Liste standen, erfuhren davon nichts. Die Militärs brauchten Helden. Und sie wussten, wie man welche macht. Es gab Reichswein und Rituale. Das Leben eines Einzelnen sagten, die Truppenführer sei so leicht wie eine Feder. Die Verantwortung für das Ganze aber wie geschwer. Nur einer von uns hatte Nein gesagt. Er wurde vor den Kompanieführer geladen und gefragt, warum er sich nicht freiwillig melde. Er sagte, ich bin nicht Pilot geworden, um mich mit einer Bombe auf den Feind zu stürzen. Dann wurde er gezwungen zu schreiben, dass er sich freiwillig melde. Schämt ihr euch nicht, sagte der Kompanieführer, ihr seid doch Soldaten. Man versprach ihnen sogar, dass sie zu Göttern würden. Sie müssten nur tapfer ihre Missionen zu Ende führen. Und man präsentierte sie als überzeugte Kämpfer. Obwohl unzählige davon eher noch Kinder waren, die man nur überredet hatte. Und man präsentierte sie als Kinder waren, die man nur überredet hat. Eine davon war Shigeyoshi Hamazono. Vom Feind abgeschossen, überlebt er schwer verletzt. Es war eine Lüge, dass die Piloten freiwillig flogen. Die klugen Köpfe im Hauptquartier hatten es für besser gehalten, es nicht als Zwangsmaßnahme erscheinen zu lassen. Also hatten sie vereinbart, dass jeder auf eigenen Wunsch fliege. Das war nichts als eine Ausrede. Kenzuke Kunuki, Armeepilot, notgelandet nach Luftkampf. Überlebt trotz schwerer Verbrennungen. Es war ein Befehl. Und einen Befehl beim Militär kann man nicht ablehnen. Aus meinem Jahrgang wurden mehrere Einheiten gebildet. Da gab es einen, der laut geheult hat. Ich will noch leben. Er ist später gefallen. Ehrenvoll, wie es hieß. Das ist der einzige Fall von Widerstand, den ich kenne. Zuerst wurden sie in Kleingruppen rekrutiert, dann zu Hunderten. Am Ende wurden es mehrere Tausend. Mag sein, dass anfangs Einzelne die Chance hatten, sich zu verweigern. Die allermeisten hatten sie nicht. Japan hatte seine Helden mit Bomben am Flugzeugrumpf. Der Jubel war öffentlich, die Trauer blieb verborgen. So wie Japans Tradition es vorsieht. Die meisten dürfen nicht einmal von ihrer Familie Abschied nehmen. Einer der wenigen ist Masamichi Ishida, Absolvent der Marineschule. Als ich zum letzten Mal zu Hause war, schloss meine Mutter die Papierfenster und sagte verzweifelt, mein Junge, komm mal her, kannst du das nicht ablehnen? Sie sagte es zweimal. Dann umklammerte sie mich und erzählte Geschichten von früher, all das Schöne, was wir erlebt hatten. Aber ich musste bald zurück, weil ich nur eine Stunde weg sein durfte. Ich dachte mir damals, dass meine Mutter wahrscheinlich nicht anders kann. Es waren längst die Militärchefs, die die Erziehung von Japans Söhnen übernommen hatten. Und die der Kamikaze-Flieger ganz besonders. Die Truppenführer wussten, dass die Piloten voller Zweifel waren, die man nun betäuben musste. Die Posen für den Armeefotografen waren eine Täuschung für die Nachwelt. Wenn der Befehlshaber den letzten Reißwein überreichte, lachte nur noch er. Von all dem köstlichen Essen, das es da plötzlich gab, bekam ich nichts in den Magen. Ich konnte nichts essen. Ich habe von morgens an nur Reißwein getrunken. Meine Brust schnürte sich zusammen. Und es gab nur den Reißwein, um sich abzulenken. Es gab davon so viel man wollte. Ich habe gedacht, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich sterbe. Mein Schlafraum war im ersten Stock. Und als ich die Treppe hochstieg, dachte ich daran. Dann habe ich ausgerechnet, wie lange es wohl noch dauert, nach dem Terminplan, den der Kommandeur genannt hatte. In dem Moment rief einer der anderen von unten, Kunuki, du bist so blass geworden. Hast du Schiss vor dem Tod oder was? Da habe ich zurückgerufen, was redest du da für einen Quatsch? Aber in Wirklichkeit dachte ich, man sieht mir also an, dass ich ans Sterben denke. Wenn ich mit den anderen zusammen bin, darf ich solche Gedanken von jetzt an nicht mehr haben. Sie sollten Haltung zeigen, wie man es von ihnen erwartete. Und die meisten taten es. Alles andere behielten sie für sich. Als ich abfliegen musste, wurde mir klar, dass ich meine Heimat nun wohl zum letzten Mal sah. Da kam mir die Erde so liebenswert vor, dass ich barfuß gehen und mein Gesicht noch einmal an die Gräser drücken wollte. Aber das konnte ich vor den anderen nicht machen. Es schien mir unmännlich. Also habe ich nur in die Hände gespuckt und den Boden berührt. So habe ich mich von der Welt verabschiedet. Aus der Umgebung wurden Schulmädchen abgeordnet, um den Piloten zuzuwinken. Der Kriegsregierung erschien das wichtiger als Unterricht. Nun hielten sie Blumen in den Wind, bis sie die Piloten nicht mehr sahen. Wir hatten auch Taschentücher, um zu winken. Vor allem, wenn es keine Blumen gab. Wir winkten, bis die letzte Maschine hinter dem Berg verschwunden war. Wir waren erst 13, 14 Jahre alt. Und wir weinten. Ich habe mir das immer vorgestellt, diese Jungs, die da mit der linken Hand noch einmal grüßten und mit der rechten das Steuer hielten, dass die in ein paar Stunden tot sein würden. So standen wir da mit unseren Taschentüchern. So haben wir ihnen bis zuletzt noch nachgeschaut. Wir haben dabei nie etwas gesagt. Wir sind dann immer zur Funkstelle gegangen und haben gewartet, bis das Signal der Piloten verstummt war. Das hieß, sie waren gefallen. Und ich dachte immer, warum muss es sein? Dann sind wir auf die Zimmer der Verstorbenen und haben für jeden etwas Tabak angezündet, weil es Räucherstäbchen damals nicht mehr gab. Man hat uns aber befohlen, nicht zu weinen. Wir hatten damals nur den einen Gedanken. Warum muss es so traurig sein? Manche Piloten schenken den Mädchen Souvenirs. Ihre Brusttasche, ein Stück des Fliegergürtels, ihre Geldbörse. Von jetzt an sagten sie, brauchen wir das ja nicht mehr. Im Januar 1945 entschied sich der Kampf um die Philippinen zugunsten der Amerikaner. Japan hatte auf die Kamikaze gesetzt, doch die Gegner waren stärker. Unsere Offiziere und Diensthabenden erkannten, dass es nur einen Weg gab, die Kamikaze aufzuhalten, den Himmel mit Flakfeuer füllen. Und oft stoppte sie nicht einmal das. Manche Kapitäne nahmen ihre Leute vom Unterdeck, denn die Kamikaze schlugen durch das Flugdeck hindurch und explodierten dann darunter. Es war verheerend anzusehen, was sie für Schäden anrichten konnten. Manche Kamikaze-Einheiten änderten inzwischen ihre Strategie. Sie griffen im Flachflug an. Nicht, dass sie keine Schiffe trafen, aber um den Kriegsverlauf zu ändern, trafen sie zu wenige. Eines davon ist, vor Taiwan, die Triconderoga. Ein anderes 150 Meilen vor Manila, die Essex. Doch die Schäden lassen sich beheben. Versorgungsschiffe sind schon darauf eingestellt. Amerikas Kriegslogistik funktioniert. Die beschädigten Decks sind reparabel, die ausgebrannten eigenen Maschinen ersetzbar. Was von den Kamikazes bleibt, endet als Trophäe. Noch ahnen die US-Matrosen nicht, dass ihnen das Schlimmste noch bevorsteht. Der Endkampf vor der Küste Japans. Über den Umgang mit den Kamikazes in jenen Monaten redet Onuki nur selten. Die meisten seiner Landsleute wollen es nicht hören. Japan hat es mit der Aufarbeitung seiner Kriegsgeschichte bisher nicht sehr weit gebracht. Aber Onuki legt Wert auf einen klaren Blick. Onuki hatte überlebt, weil seine Angreifer ihn schon für tot gehalten hatten. Sie hatten ihn auf dem Radarschirm entdeckt und abgeschossen. Mehrfach getroffen sank sein Flugzeug in die Tiefe. Es gelingt ihm, auf einer Insel notzulanden. Etwas, was in den Planungen der Militärs nicht vorgesehen war. Wir waren losgeschickt worden, ohne zu wissen, wohin wir fliegen sollten. Es gab keine Aufklärungsflugzeuge mehr, um auszukundschaften, wo feindliche Schiffe waren. Und niemanden, der uns vor Luftattacken abschirmte. Keiner wusste, ob wir Erfolg hatten oder abgeschossen wurden. Wir fragten, wo denn die Schiffe seien. Man sagte uns, stürzt euch auf irgendeins. Wir fragten, wie denn die Wetterlage sei. Wahrscheinlich okay, hieß es. Wir fragten, was wir tun sollten, wenn es bewölkt ist. Man sagte uns, stürzt euch auf jeden Fall auf irgendwas. Fliegt einfach. Für die Militärs waren die Piloten zum Menschenmaterial geworden. Ihre Ausbildung war lächerlich. Flugstunden hatten sie kaum noch. Theorie musste reichen. Am Ende gab es für sie nicht einmal mehr Flugzeuge. Die Heeresleitung zog die letzten intakten Maschinen ab, um Japans Kernland zu sichern. Man erklärte uns, dass wir mit unseren Übungsmaschinen fliegen müssten. Das hieß, die Flügel waren nicht aus Metall, sondern mit Stoff bespannt. Es gab auch fast kein Benzin mehr. Deswegen sollten wir mit Alkohol fliegen. Man sagte uns, es werde schon bald wieder Benzin geben. Im Prinzip sei alles in Ordnung. Solche Lügengeschichten hat man uns erzählt. Was ihnen an Ausrüstung fehlt, glichen die Befehlshaber mit Pathos aus. Zum Verheizen brauche man keine guten Piloten, hieß es in der Militärführung. Sie müssten ja nur einmal fliegen. Als der Kommandant uns allen die Hand gegeben hatte, wollte er wissen, ob wir denn noch Fragen hätten. Dann hat einer der Marinepiloten die Hand gehoben. Dieser Pilot war auch Ausbilder und ein relativ guter Flieger, den alle achteten und respektierten. Wir Flugschüler wurden ja kaum als Menschen betrachtet. Wir wurden oft beschimpft. Manche wurden sogar täglich geschlagen. Aber dieser Pilot, der recht erfahren war, sagte, Herr Kommandant, eine Frage habe ich. Wenn es mir gelingt, ein Schiff zu versenken und trotzdem zu überleben, darf ich dann zurückkommen? Da sagte der Kommandant, nein, das ist nicht erlaubt. Er sagte einfach nur, nein. Wer am Leben hing, galt in Japans Militärtradition als schlechter Soldat. Auch Onuki bekam das zu spüren, als er sich nach seiner Notlandung in einem Lager wiederfand, das es offiziell nicht gab. Wir verstanden die Welt nicht mehr. Ich hatte mich mit anderen gestrandeten Piloten wochenlang auf dieser Insel durchgeschlagen. Dann hörten wir über Funk, dass zwei Flugzeuge kommen würden, um uns abzuholen. Wir knobelten, wer mit welchem fliegt. Das eine wurde dann gleich nach dem Start abgeschossen. Unseres kam bis zurück nach Japan durch. Dann kamen wir in jenem Lager an, mit Bärten, abgemagert, völlig verwahrlost. Wir dachten, man würde sagen, gut, dass ihr da seid. Nun wunderten wir uns, dass uns niemand begrüßte. Dann kam irgendwann der Vizekommandant und sagte, warum seid ihr zurückgekommen? Ich dachte mir, was redet der denn da? Die haben uns doch selbst geholt. Dann fragte er, ob wir uns nicht schämten. Er sagte, ihr seid ein Schandfleck für unser Militär. Und später wurde ich fürchterlich verprügelt. Der Vizekommandant kam jeden Tag und sagte, ihr seid lebend zurückgekommen. Ihr seid psychisch unberechenbar. Ich dachte, ihr seid nicht zufrieden. Japans Militärführung stand unter Druck. Über Tokio waren Langstreckenbomber der Amerikaner aufgetaucht. Fast unerreichbar hoch für Japans Abwehr. Und es sollte erst der Anfang sein. Draußen auf den Pazifikinseln hatten die Amerikaner nun Stützpunkte errichtet. Und sie waren wieder zuversichtlich, dass Japan bald kapitulieren würde. Dabei hatten sie gerade hier erkennen können, dass Japan eher bereit war, alle zu opfern. In Verstecken hatten US-Soldaten Boote gefunden, vollgepackt mit Bomben für Selbstmordattacken gegen Schiffe. Und dass sich japanische Soldaten ergaben, war die Ausnahme. Die wenigen, die es taten, zerlumpt und völlig verstört, verstießen gegen den Ehrenkodex ihrer Armee. Ihre Kameraden hatten sich am Ende lieber mit Granaten unter US-Panzer geworfen. Auch Zivilisten fassten kaum Vertrauen. Zu lange hatten sie gehört, der Feind würde sie zu Sklaven machen und ihre Kinder ermorden. Trotz der Lautsprecherappelle von US-Dolmetschern brachten sich viele in Verstecken um oder sprangen von den Klippen. Wir hörten davon, dass sich viele Japaner dort selbst opferten. Wir hörten, dass ihre Soldaten anders seien als andere Soldaten. Dass sie sogenannte Banzai-Attacken durchführten. Das heißt, zu Hunderten ins offene Maschinengewehrfeuer rannten. Vom Hörensagen kannten wir das. In der japanischen Kultur gibt es Erzählungen, in denen dem Volk Selbstmord als etwas Ehrenvolles, ja, Wünschenswertes dargestellt wird. Und weil man sonst keine Waffen mehr hatte, dachte man sich wahrscheinlich, gut, dann lasst uns eben so weitermachen. Die Kamikaze-Einsätze sind ja auch so gerechtfertigt worden. Diese Art zu sterben, galt vielen in Japan eigentlich als etwas Schönes. Und die Militärchefs machten weiter. Wenn die Kamikaze-Attacken keinen Erfolg hatten, musste man sie eben steigern. Nicht nur in der Luft. Japans Marine setzte auch auf neue U-Boote, die von Mutterschiffen abgefeuert wurden. In ihrer Spitze trugen sie eine Bombe. Gesteuert wurden sie von einem Menschen. Ob er traf oder nicht, er kam nie mehr zurück. Und auch für die Flieger hatten sich Konstrukteure etwas Neues ausgedacht. Der Kamikaze-Pilot sollte nun nicht mehr in einem Flugzeug sitzen, sondern in einer Art Raketenbombe. Ihre Erfinder nannten sie Okas, Kirschblüten. Denn wie ein Blütenregen sollten sie vom Himmel fallen. Trägerflugzeuge waren bereit, sie in die Nähe ihres Angriffsziels zu bringen. Es war Fuchiyo Hayashi, ein Absolvent der Marineakademie, der die Auswahl der Piloten übernahm. Im März 1945 kamen sie zum Einsatz. Man hatte 25 Prozent der Marinesoldaten dafür vorgesehen. Auch beim Heer hatte man schon länger versucht, eine treffsichere Rakete zu entwickeln. Die Idee, dass ein Mensch sie steuert, hatte den Befehlshabern imponiert. Der Marineminister selbst und sein Chefkommando waren damals also bereit, ein Viertel ihrer Soldaten bei solchen Einsätzen zu opfern. Für die Amerikaner waren sie leichte Beute. Ihre Kampfpiloten konnten die schwerfälligen Trägerflugzeuge mit den Okas am Bauch in Ruhe ins Visier nehmen. In drei Tagen verlor Japan 160 Flugzeuge. Alle Piloten, ob in Rakete oder Mutterflugzeug, waren tot. Dann wurde die Idee aufgegeben. Manche waren tatsächlich wie Blüten vom Himmel gefallen. Hayashi arrangierte sich mit seinen Schuldgefühlen. Wenn man einen Krieg führt, stirbt man sowieso irgendwann. Vielleicht lebte man etwas länger, wenn man nicht mit einer Bombe flog. Aber das machte keinen großen Unterschied. In Japan betrachtete man die Kirschblüten immer als Symbol der mutigen Soldaten. Die Kirschblüte fällt vom Baum, wenn sie am schönsten blüht. So habe ich damals gedacht. Die meisten Piloten, die ernannt worden waren, glaube ich, wollten ohnehin lieber früh sterben. Glaube, Gehorsam, Selbstbetrug. Wo war die Grenze zwischen Opfern und Tätern? Wer sie sucht, findet sie in Tokios Yasukuni-Schrein, einer Wallfahrtsstätte für Kriegsveteranen. Die Seelen der Soldaten, heißt es, fangen hier ihre Ruhe. Wer wissen will, wie Japans konservative Militärelite die Befehle, die sie gab, rechtfertigte, der kann es hier erfahren. Weil nicht wenige von denen, die sich hier versammeln, heute noch genauso denken. Zum Beispiel Nobuyoshi Nishikawa, zweiter Gruppenführer war er damals, wurde in einem Luftgefecht verletzt und kam danach nicht mehr zum Einsatz. In seinem Haus hängt Kamikaze-Romantik. Und wenn er anderen davon erzählt, leuchten seine Augen. Aus der heutigen Perspektive betrachtet, waren die Kamikaze-Piloten Kinder. Aber damals waren sie doch vollständige Soldaten. Der Staat hatte sie ja militärisch erzogen. Ich habe sie also nicht als Kinder betrachtet, sondern als Soldaten. Sie kamen ja mit ihren Aufgaben auch gut zurecht. Dass seine Soldaten auch damals Kinder waren, weiß auch Nishikawa. Mit 13 oder 14 waren sie zum Militär gekommen. Keiner von diesen Jungen überlebte. Es war die Gruppe mit dem Hundemaskottchen. Ich habe sie oft aufgemuntert. Manchmal waren sie deprimiert, vor allem wenn sie etwas getrunken hatten. Da zeigten sie ehrlich ihre Gefühle. Sie erinnerten sich an ihre Eltern und Geschwister und weinten nachts, wenn sie im Bett lagen. Ich komme ja auch mit, habe ich dann gesagt. Lasst es uns zusammen durchziehen. Ich glaube, dass sie ihr Leben gern für das Wohl des Volkes geopfert haben, dass sie gern gestorben sind. Aber ich habe sie oft beruhigen müssen. Die Jungs, so erklärt Nishikawa, hätten eigentlich ja auch nicht trinken dürfen. Yukio und seine Kameraden seien für Alkohol ja viel zu jung gewesen. Yukio Araki, gefallen im Frühjahr 1945. Seiner Familie blieben Abschiedsbriefe, die er ihnen hinterlassen hatte. Bei Eintreffen der Todesnachricht sollten sie sie öffnen. Er bedankte sich darin bei seinen Eltern für alles, was sie für ihn getan hätten. Seinem Bruder bat er sich, um sie zu kümmern. Außerdem bekamen wir ein paar abgeschnittene Haare und Fingernägel von ihm als Erinnerung. Ich weiß noch, dass ein ganzer Fingernagel dabei war. Die Haare waren nur kurz, weil man sie damals sehr kurz trug. Meine Eltern haben sehr geweint, als sie die Dinge sahen. Im April 1945 erreichen die Amerikaner Okinawa, Japans südlichste Inselgruppe. Sie wundern sich über den geringen Widerstand. Alles ist ruhig, verdächtig ruhig. Dann sehen sie den ersten Angreifer. Den ersten von Japans letztem Aufgebot. Was folgt, ist eine der erbittertsten Schlachten des Pazifikkrieges. Die Haare waren nur kurz, wenn sie die Haare waren. Im wochenlangen Kampf um Okinawa opfert Japans Kriegsregierung noch einmal Tausende von Menschen. Zu Land, zu Wasser und am Himmel. Zwei Leidensmonate später, nach dem Atombombenschock und Russlandskriegseintritt, verkündet der Kaiser im Radio die Kapitulation. Wir müssen, sagt er seinen Untertanen, das Unerträgliche ertragen. Am Fuß des kleinen Fuji-Berges erinnern seitdem Blumen an die Piloten, die hier starteten. Die Bewohner nennen sie Kamikaze-Blumen und erzählen, dass manche Flieger damals ihre Abschiedssträuße hier nach unten warfen. Allen, die bereit standen, als nächster abzufliegen, rettete das Kriegsende das Leben. Vorausgesetzt, sie hatten rechtzeitig davon erfahren. Es war weiter im Norden und es war ein Befehlshaber namens Ugaki, für den die Niederlage tatsächlich unerträglich war. Er drängte seine letzten Piloten, noch mit ihm in den Tod zu fliegen. Harukazu Oshima, der verletzt zurückkehren konnte, hat lange gezögert, darüber zu reden. Unsere 500-Kilo-Bomben waren noch gegen 800-Kilo-Bomben ausgetauscht worden. Um das Gewicht auszugleichen, mussten wir den Treibstoff halbieren. Der Befehlshaber sagte, ich fliege voran, ich bitte euch, mir zu folgen. Es waren 22 Piloten, die er benannt hatte. Der Abflug war um 15 Uhr. Die Kaiserrede war um 12 Uhr gewesen. Keiner von uns hatte sie gehört. Wir hatten gar keine Anweisung bekommen, sie anzuhören. Dass der Krieg vorüber war, hatten wir noch nicht begriffen. Wir fanden es nur seltsam, dass der Befehlshaber ganz am Schluss noch einmal eine Rede hielt. Von unseren Militärchefs, sagt Onuki, wurde nach dem Krieg kaum einer zur Verantwortung gezogen. Nicht einmal die Fehler auf den Namenslisten der Piloten wurden korrigiert. Nicht alle, die starben, waren notiert worden. Umgekehrt erklärten die Behörden manche für tot, die in Wahrheit überlebt hatten. Die Nachbarn gratulierten uns alle, dass unser Bruder so ehrenvoll gefallen sei. Aber unsere Mutter sagte zu mir, welche Mutter würde sich freuen, dass ihr Sohn gestorben ist. Als der Beamte vor der Tür stand, mit der Todesmitteilung und dem symbolischen Knochenkästchen, ging sie hinaus, nahm ihm das Kästchen ab und bedankte sich förmlich. Zuvor hatte sie sich noch schnell umgezogen, weil sie nur etwas sehr Alltägliches anhatte. Als er weg war, kam sie ins Wohnzimmer, drückte das Kästchen fest an ihre Brust und brach in Tränen aus, obwohl sie eigentlich eine sehr tapfere Frau war. Onuki ging später hin zu den Beamten und bat sie, den Fehler in den Akten auszubessern. Sie sagten ihm, da könne man nun nichts mehr machen, man habe die Trauerfeier schon veranstaltet. Ich war ins Kommandaturbüro eingetreten und wollte die Unterlagen sehen. Da sagte man mir, wir können sie Ihnen nicht zeigen. Dann sagte ich, ich möchte sie aber sehen. Da stand der 3. April 1945 und ein Kreuz. Das heißt, sobald man losgeflogen war, wurde markiert, man sei gefallen. Bis sie selbst ihre Familien suchen konnten, mussten die Soldaten warten. In den überfüllten Zügen war für sie vorerst kein Platz. Sie hatten Aus in den Quartieren. Manche schrieben Briefe, manche nicht. Mit dem Leben hatten sie abgeschlossen. Ihre Kameraden waren tot und der Feind hatte gesiegt. Soweit, nun offen erleichtert zu sein, waren viele noch nicht. Dann kam der Tag, an dem sie nach Hause durften. Tokio war völlig niedergebrannt. Yokohama, wo unser Haus stand, auch. Aber seltsamerweise war es von den Angriffen verschont geblieben. Ich bin in den Eingangsflur getreten mit meinem bisschen Gepäck. Es fiel mir schwer, denn ich habe mich geschämt. Dann blickte ich vorsichtig in den Raum, wo meine Mutter war. In dem Moment haben die Augen meiner Mutter mich entdeckt. Wie ich da stand und nicht wusste, was ich tun sollte. Sie kam barfuß auf mich zugerannt und hat mich umklammert. Sie sagte, du bist es, du lebst. Ich glaube, für sie muss das wie ein Traum gewesen sein, mich lebend wiederzusehen. Und dann hörte sie gar nicht mehr auf und sagte immer nur, Masamichi, Masamichi, du lebst wirklich, du lebst wirklich. Wie glücklich Shida selbst war, hat seine Mutter damals nicht von ihm erfahren. Er konnte es nicht zeigen. Als Japaner nicht und als japanischer Soldat schon gar nicht. Man trennt hier sehr zwischen seinem inneren Gefühl und dem, was man nach außen zeigt. Erst nach dem Krieg habe ich gemerkt, dass mich diese Trennung stört. Ich war damals 19. Ich glaube, ich sagte zu meiner Mutter nur, Entschuldigung, dass wir den Krieg verloren haben. Da sagte sie, das ist doch völlig unwichtig. Und weinte noch mehr. Und ich sagte, Entschuldigung, dass ich sowas als wirklich hast. Und dann habe ich noch nicht gestorben geschaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020